Es sind Fahrzeuge wie dieser Campingbus von Adria Mobil. Der Active auf Renault Trafikbasis ist typisch für eine Fahrzeugklasse, die den Herstellern und Ausbauern solcher Reisemobile enorme Zuwächse beschert. Kleiner Herd, kleiner Kühlschrank, Sitzbank mit Bettfunktion und Hochdach, in dem ebenfalls zwei Personen Platz finden. Außerdem fahrbar wie ein normales Auto. Der Preis dieses Modells gut 47.000 Euro. Die nächst größere Klasse, der ausgebaute Kastenwagen. Auf Mercedes Sprinterbasis hier von La Strada der Regent S 4x4. Zuschaltbarer Allradantrieb und Bodenfreiheit bieten hier auch Offroad einige Reisemöglichkeiten. Ansonsten ist für zwei Personen viel Komfort an Bord. Im Gegensatz zum Active ist ein Bad verbaut. 84.000 Euro sind nötig, die Zweiradantrieb Variante gibt's aber auch günstiger. Ein sogenanntes vollintegriertes Reisemobil ist der Weinsberg Caracore 700 MEG. Die Fiat Ducato Basis ist maximal noch am Cockpit erkennbar. Ansonsten bietet der Weinsberg dank Hubbett und der umbaubaren Sitzgruppe fünf vollwertige Schlafplätze und genug Platz für Gepäck und Sportgeräte. 56.000 Euro kostet dieser Caracore. Übrigens, alle Hersteller bieten von modernen Autos gewohnte Smartphone-Anbindung und auf Wunsch praktisch alle Assistenzsysteme. Bleiben noch die Caravans. Hier ein Premium-Modell, ab knapp 26.000 Euro zu haben. Der Touring-Troll 530 Rockabilly von Eriba ist äußerlich ein Klassiker. Innen aber ist er mit der Zeit gegangen. Leichtbau, moderne Muster und sichere Nachlaufeigenschaften. Insgesamt also für jeden Caravaning-Urlaub etwas dabei. Und wer hier nicht fündig wird, sollte wohl mal auf dem Caravansalon vorbeischauen.